Und das war es auch mit unserer Sendung. Ich hoffe, die hat euch Spaß gemacht und wir verabschieden uns somit auch für heute und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und das im Dezember, der 4., wenn ihr allerdings schon Lust habt, direkt mitzumachen, zum Einsteigertreffen morgen zu kommen. Hier nochmal die Erinnerung. Das ist um 19 Uhr im Büro in der Barsterstraße 20. Ihr könnt natürlich auch sonst gern zur Veranstaltung unserer Hochschulgruppe kommen. Durch Lukas habt ihr ja schon einen netten Einblick bekommen. Macht's gut. Ciao.